Frage, was ist am auf Nimmerwiedersehen so unmissverständlich? Was willst du? Das frage ich dich. Meine Familie kann lernen. Also, ich betrachte mich nicht als ihre Familie. Damit meine ich auch nicht dich. Aber keine Sache. Ich nehme mir dein Klischettchen weg. Das ist schlimmer, wirklich. Das würde ich Ihnen auch sagen. Andernfalls lasse ich mal ganz schnell die Schatten ihrer Vergangenheit in der Welt her. Eine Frage. Warum haben Sie eigentlich damals Ihre Therapie abgenommen? Das ist doch schade. Denken Sie mal nur noch.